Herzlich Willkommen zum nächsten Part von Mansa 4 und hier ist es schon nur Level 30 die ich durch einen Trick trainiert habe die ich euch gezeigt habe und jetzt gehe ich weiter fertig machen so ganz normal und ich habe nicht gehört doch habe ich gut ich habe nicht gehört ok ah und ich habe nichts na kann man ich habe nichts ich habe nichts was ist das was ist das was ist das was ist das Ich bin so schnell. Ach, Mann. Gott. Ah, Mann. Oh man, wir dachten schon, ich hab' nicht hin und jetzt. Das ist grad so glücklich. Tja, ich hab's halt nicht drauf. Okay, das mag jetzt stop. Okay. 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 Hm? Okay, oops. And just... This goes right again. Right on. Right on. Right on. Okay. Right on. 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 Zack. Und... Was? Zack. Was? Was? Jetzt kommt das auf, jetzt kommt das auf, das wir alle gewartet haben. Und zwar soll Ten wieder einmal verdient. Und man sieht, dass es ist. Dass er es nicht drauf hat oder sie oder so. Und am Ende, so wie hier alles regelt. Nein. Was? Ach was denn? Nein. Ah, Mann. Aber jetzt mal ehrlich, wieso brauch ich so lange? Jetzt kannst du ja nur auf Level 4 strömieren. Aber das ist auf Level 32 und trotzdem ne. Das ist so dumm. Das ist 9 Level höher. Was ist jetzt schon wie hier alles geliebt? Was ist jetzt noch ein bisschen? Noch ein bisschen. So. 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 Nein. So, jetzt ist der Nesselschie... Nein! Was? Ich bin nicht schon mal gestohlen. Ich bin nicht. Endlich. Wann? Na gut. Jetzt versuch ich noch das Kampfhaus. Habe ich noch nur eine versuch? Das ist natürlich schwecklerweise der beste Typ hier bis jetzt. Ah, Mann? Oh, Mann. Oh, Mann. Komm, Mann. Oh. Oh, Mann. Ich bin nicht so schnell. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Ich müsste ja jetzt in dem hier ein Spielzeilen brauchen können. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Okay. Ja, ja, ja. Ich kann doch nicht mehr aufmachen. Ich kann doch nicht mehr aufmachen. Nein! Okay, das ist gut. Das kann ich nicht gut. Okay. Oh, wie geht es hier noch? Oh, wie geht es hier noch? Vielleicht hat es kein bisschen was gegen mich. Das wäre cool. Oh, das geht nicht los. Okay. Okay. Welchen Pokémon wird es schon jetzt den EP-Tagel bloß geben? Er findet das raus in der nächsten Folge. Tschüss.